Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute mal wieder mein absoluter Liebnis-YouTuber. Und auch, ja, ihr habt es schon richtig gesehen da unten, bis dato zensiert gewesen. Meine Freunde, wir schauen uns heute die größten Minecraft-Fails an und ich würde sagen, Lukas, der größte Minecraft-Fail war ja tatsächlich bis dato eine Geburt. Ich würde sagen, meine Freunde, wir haben hier eine... Ah, stimmt, es war nicht nur ein Minecraft-Fail, es war ein Lebens-Fail. Nee, jetzt mach weiter, f*** dich nicht ab. Ich f*** dich nicht ab, Lukas, ich wollte dir nur ganz kurz darlegen, wie sehr ich dich verachte. Ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen einfach direkt an. Heute Nachmittag oder morgen kommt ein Fortnite-Video, falls ihr Bock habt, wie gesagt, Fortnite-Creator-Code. Ihr wisst bescheidere Winzer, meine Freunde, ich brauche Geld, es ist Winter. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, let's go. Jo, ein ganz entspannter Stream hier, ne? Ein richtig schönes... Ein richtig schönes Haus gebaut. Oh nein. Oh. Ja! Das sind immer so curved Moments, ne? Weil die könnte ich mir jetzt echt nicht mehr geben. Oh mein Gott, Alter. Er spielt Hardcore. Oh mein Gott, er wird richtig auseinandergenommen. Absolut geiler Schnurrbart. Nein, Digga. Nein, 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 nein. Oh. Alter. Alter. Das bin einfach ich, Junge. Stell dir mal vor, du spielst Hardcore und wirst so auseinandergenommen. Warum ist ja auch der reingerannt? Actually no. Actually no. Actually no. Oh, der Arm, wenn du voll viel baust und dann rip. Wieso hat der Komplett Diamond... Null. Äh. Äh. Tschüss. Äh. Hä? Leute. Äh. Es end. Ha? Was? Hä? Hä? Was? Ja, muss ja ein Mod sein, oder? Das kann nicht viel sein, ja. Safe. Oh nein. Oh nein. Die Katze ist runter. Ganz ehrlich, da sieht man wieder, dass Katzen deutlich dümmer sind als Hunde. Stimmt nicht. Sie hat so richtig einen Flip gemacht. Ganz viele Panda-Beebs. Oh, er hat braune Pandas, Digga. Die sind überselten tatsächlich. Oh nein, Junge. Nein, 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 nein. Oh lol, Alter. Digga. Er hat einfach ein Salto gemacht, Digga. Backflip-Panda. Sein Vater, Alter. Was geht? You're insane. Ja. Oh, Junge, was kommt jetzt? Der will einen Strickshot machen, oder? Ja, Wasser-Emergie. Oh, Junge, 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 Junge. Ja, man schafft es aber, wenn man schnell genug ist. Loool. Alter. Oh, Diamanten. Ehrenmann. Oh, ich wollte den Lava oder so safe. How did you do that? Digga, warum nimmst du nicht den Wasser-Eimer, den du hast? Yay. Oh, Junge, Alter. Oh mein Gott. B zu dem Lastend, Junge. Ganz ehrlich, Digga. F***ing Trash. Aber Timing on-Flieg, Leute. Okay, das glaube ich Playstation-Version. Oh nein, Bro. Und oh mein Gott. Auf den Ding? Er hat sich auf dieser Trapdoor gesaved. Absoluter Ehrenmove. Gut, hier legen wir jetzt an der Stelle mal eine andere Musik drüber. Wie ist dein Vogel nochmal, der tot ist, Lukas? Hansi. Ah, schade drum. Creeper hier zu sehen, der rechten. Ja, Bruder. Ja, jubst hier einfach gar nicht. Oh, wie bellend das denn, Junge? Digga, dann überlebst du diese Explosionen dann so'n Scheiß, Alter. Ey, so bin ich in Maru gestorben. Echt jetzt? Ja, wegen dem halben Herz. Ja, komm, Digga, der geht doch hoch. So dumm. Oh mein Gott, bist du cool. Er macht einfach die Tür zu. Absoluter Ehrenmove. Stark. Okay, hier ein Dude, der in den Nether will. Versucht irgendeinen Bug oder sowas wahrscheinlich. Hä? Oh nein. Hä? Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, er schon wieder, Digga. Er schon wieder mit Hardcore, Junge. Was? Oh mein Gott. Er hat überlebt. Er hat kein Herz verloren. Alter. Er hat kein... Er hat kein Herz, wenn ich sterbe, wenn ich auf Hardcore sterbe und kreue. Er hat keine Verantwortung haben. Richtig, weil du kein Bartmuss hast. So ein Ding. Alter, ist er mad. Und raus aus Minecraft. Okay, hier, Dungeon. Es will nicht. Es ist absolut traurig, das Skelett. Er hat einfach Lukas, wenn er in der Schule damals gemobbt wurde. Ja. Okay. Lass ihn einfach, lass ihn einfach, lass ihn einfach, Bruder. Lass ihn einfach in Ruhe. Oh, sie spielt Dinge und sie hat eine Enderman-Farm. Und spielt VR. Guck mal. LOL. Stark, Alexia. Alter. Leckt das da. Siehst du das? Naja, normal. Junge. Junge, Junge, Alter. Deadshot moment. I wanna go home. Hä? Hallo? Hallo? Ähm. Ähm. Ja. Lukas? Der, äh, kam dann wohl dem Himmel. Diese dumme Katze. Nein. 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 Pass auf. Ich wette. Ich wette. Nein. Nein. Mann, die Idioten, Alter. Ihr dämlichen Katzen, Mann. Ich finde es sowieso so schwach, dass Katze an Fallschaben sterben, weil eigentlich kriegen sie ja keine Fallschaben mehr. Echt? Oh nein. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Hier ein paar Eier aufs Bett werfen, man kennt das. Er spielt Xbox-Version. Grünchen raus, Hand. Rhymex. Ein Hühnchen. Zwei. Oh. LOL. Der Double-Spawn, Junge. In's Wasser rein. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh nein. Ja. Warum? Weil Vögel nicht fliegen können in Minecraft, Lukas. Das ist doch klar. Vor allem, er hat nur ein Holz-Pickaxe. Guck mal. Okay, die machen keinen Schaden, die Baby-Slimes, ne? Jerry ist safe, wird jetzt groß und macht die alle kaputt. Nein. Baby-Bäll-Delfin-Badewasser. Ah, okay, nice. Was ist da drauf? Nee, Bälle-Delfin. Das ist doch die Kusse, die ihr Badewasser verkauft hat. Bälle-Delfin, nicht Bälle. Ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Dann halt doch einfach, Lukas, dann halt einfach das Maul. Er trinkt es jetzt, dann sieht man, was passiert, wenn man das trinkt. Oh, man schwebt und stirbt. Ähm, Leute, ich... Ja, nee, ist geil. Also, das würde ich mir auch mal reingönnen. Oh, hier, Skywars, Alter. Oh! Stark gespielt, Alter. Beste Zeiten. Boah, Junge, er ist stark. Er ist richtig stark. Lull, er hat sich selber damit komplett auseinandergenommen. Oh mein Gott. Er hat sich selber damit komplett auseinandergenommen. Er ist schon wieder. Creator. Bitte stirbt wieder. Er möchte unbedingt einen Sattel haben für sein Pferd. Er wollte unbedingt Clementine reiten, Alter. Digga, der Typ ist aber Match in Minecraft. Kann das einfach sein? Okay. Wieder in Australien, hier mit einer Map unterwegs. Oh nein, Bro. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh. Oh mein Gott, Alter. Ich dachte gerade schon, er sieht es nicht. Skelett oder so. Ja, safe. Oh. Aus welchem Grund jetzt an der Stelle? Er geht einfach nur rückwärts weg. Alles klar. Manche mal, Creeper sind so. Ja! Ja! Mir auch schon passiert, Digga. So stressig, Alter, wenn sie in dich reinlaunchen. Okay. Hier macht ihr ganz viele Villager rein. Das habe ich auch. Playstation. Was passiert jetzt? Nein, das ist eine Kanone. Das ist eine Kanone. Ich sehe es schon. Was für eine unglaublich dämliche Konstruktion. Nice. Sie kenne ich aus. Sie spielt immer Fortnite. Sie sagt, sie ist nervös. Sie geht jetzt ins End. Sie jumped jetzt ins End rein. Alter, sie hat sich alles rein. Boah, Digga. Übertreibt man nicht, man. Es ist nur der Enderdrache. Sie stirbt rein. Oh mein Gott. Are you... Are you... Me? Me? Ha ha ha. 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 Zu langsam. Zu langsam, Bro. Da bringen die auch deine ganzen Trinke nix. Wack, Alter. Still wall. Oh, was? Ja, Digga. Oh mein Gott. Wie sch*** ist das denn? Digga. Hier ist ein Zombie. Zombie-Villager. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Lol. Alter, ist das stressig. Ja, keine Chance. Ja, machst du nix, machst du nix. Oder? Er schafft? Ne, er wird runtergezogen. Er wird runtergezogen. What the f***? Alter Schwede. What the f***? Die hängen alle in diesem Loch drin. Krass. Oh mein Herz. Und nichts zu essen. Aber er hat ja gar nichts, ne? Ja Digga, das ist doch nicht so schlimm. Hä? Junge, was ist das für ein Spiel, Alter? What the f***? Ah, er will sein 1, darf wiederholen. Ah, er ist verreckt. Es ist gerade vor ihm despawned. Alter. Alter. Wie belastend. Er hört Zombies. Ah. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. There so many. Was geht da ab? Was zum Teufel, als ob das so krass ist jetzt. Look at that. There so many. Michael, what is happening? Oh mein Gott, Alter. No. Der Gast hatte ich auch noch nie. Doch, ich auch schon ein paar Mal. Oh. Ok, auch hier Hardcore, Alter. Mein Chef. Oh, eine Miene, Digga. Oh, wie sch*** ist er, Alter. Bitteschön, Kröte, ja? Okay. Moin. Servus. Wir haben hier so eine riesen Endfarm. Was denn? Oh mein Gott, sie ist richtig am racen, Alter. Sie ist richtig am racen, Digga. Er schon wieder, er will ein Eiswerfer-Zelmen in Dingens. Er zerstört ihn jetzt. Nein, 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 gleich kommt die Mutter und tötet ihn. Alter, er macht mir auch ein bisschen Angst irgendwie, oder? Alter, ich dachte einfach, dass die Mutter jetzt kommt von hinten und ihn rackt, Junge. Schade, oder? Ja, aber er hat auch wirklich weggezogen. Oh mein Gott, er hier im Endeffekt, massive am fighten. Digga. Warum guckt man nicht im Endeffekt an? Es ist so dumm, oder? Guck da einfach am Boden, Junge. Das macht gar keinen Sinn. Und you're dead. Er schafft sich das zu essen. Ja, normal, dass man stirbt. Ja. Was? Einfach jumpen. Oh, Elytra. Ach, Lund. Aber er stirbt durch die Enderperle. Pass auf. Oh, halbes Herz. Ist das sch***es Ding? Oh mein Gott. Okay, sie ist schon wieder hier. Am Main. Geil, Alter. Der VR ist noch lustiger. Leute, das waren die Top 2 der weltbesten Minecraft-Shields. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und nutzt die Creator-Country-Winster, wenn ihr per Fortnite was kauft, Leute. Das war's von diesem Video. Schaut gerne bei Vibe vorbei, der macht auch Müll-Content, so wie ich. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Haut rein. Ciao.